Herzlich Willkommen zu Counter-Strike Talk mit Papa Stoff. Heute im Interview Michael Jägerbomber, Streamer, Counter-Strike Spieler, Legende. Hallo Michael und herzlich Willkommen zum Interview. Was? Ich versteh es nicht. Ich versteh es nicht. Vielleicht beginnen wir einfach mit dem Interview. Heute spielt Austrian Force gegen Wookiee Esports. Was haltest du von dem Team Wookiee Esports? Die ärgsten Radfahrer. Superfeine Cheater. Verstehe. Was muss heute richtig laufen, um gegen Wookiee Esports bestehen zu können? Der Arkon aka Alex muss nerven. Fokus, Fokus, Fokus. 100% Fokus. Da muss jeder da sein. Hier. Hier. Und hier. Wie schätzt sich Michael Jägerbomber selbst eigentlich ein? Da sind ein paar verborgene Talente hier. Ich bin der ärgste Chirur, tut schigeln ein bisschen. In der Vergangenheit gab es Kontroversen zu deiner Person. Wie stehst du dazu? Ich will nur sagen, das ist nicht fair. Ich mache aus jedem Spieler einen besseren Spieler. Egal ob er der ärgste Profi ist oder der größte Sandler. Und was ist, wenn ihr das Match heute verliert? NEIN! Das ist unwirklich. Ganz ehrlich. Ich bin nicht einmal böse oder so, aber... Können uns das nicht erlauben. Wir wollen hier gewinnen. Gibt es ein paar Leute in der Community, die du besonders grüßen möchtest? Ich brauche euch jetzt ein Acht! Orbit! 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 Was machst du denn? So viele Fehler! Das gibt's doch nicht! Seid doch auch, wo ich ist! Summen Sie mal! Danke für das Interview, Michael. Bitte! Auf Wiedersehen und goodbye. Time to say goodbye. Zum Abschluss bleibt mir nur zum Sohn. Michael, bitte nimm's meine EPs. Ich finde, du bist eine Legende in Counter-Strike, in der österreichischen Szene. Das ist irgendwie auch ein Tribute an dich. Soll deine Leistung und deine Fähigkeiten in keinster Weise schmälern. V-Rush! Der ist etwas, was ich wissen, dass ich denn hier weiß es nicht. Nichts! Danke! Naja! Soll's das? Da!